Und jetzt zu einer Rockband aus Berlin. Die Ärzte haben als Punkgruppe angefangen, heute sagen sie zu ihrem Stil Sodapop und ihr grosse Thema ist Teenager-Welt. Weil ihre letzte LP als jugendgefährdend eingestuft worden ist, darf sie in Deutschland nur noch Erwachsenen verkauft werden. Trotzdem, oder vielleicht gerade darum, weil sie nicht aufs Mund sitzen, wie könnte sie da auch noch singen, sind sie immer noch ganz vorne dabei. Ihre Live-Konzerte haben das Markenzeichen. Unvergesslich. Heute Abend in Zürich, übermorgen in Reinhach. Jetzt aber für Sie im Karussell mit dem Titel Ist das alles? Ja, für heute ist es alles. Bis morgen wieder. Schönen Abend. Ich war hier in unserer Gegend Alles andere als beliebt Besonders hasste mich ein Schläger Wie es ihnen an jeder Ecke ging Ein Duell war unausweichlich Meine Angst entsprechen groß Und ohne Anflug einer Chance Ging ich auf ihn los Als der Wind mit mir fertig war Da sag ich Ich frage dann Ist das alles? 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 Dann bekam ich eine Freundin und ich gab mich seriös Doch etwas unter ihrer Blute machte mich nervös Ich wollte doch, ich hatte keine Ahnung und kein Vertrauen in mein Glück Da ließ sie meinen Drachen steigen, jetzt gab es kein Zurück Als sie mit mir fertig war, da sag ich, sie frage es an Ist das, ist das alles? Ist das alles? Ist das alles? Ist das alles? Ich dachte, ich muss sterben, als ich mich verließ Ich dachte, ich muss sterben, als mein Vater mich verstieß Und als mein Chef nicht raus war, weil ich froh war, wie es hieß Doch zum Sterben geht's mir einfach noch nicht mies Ist das alles? 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 Ist das alles?